Wir arbeiten daran, dass wir mehr Möglichkeiten haben, Jobs zu schaffen. Wir schaffen die Voraussetzungen in der Europäischen Union, dass sich Unternehmen besser entfalten können, dass Bürokratie abgebaut wird, dass dadurch mehr soziale Sicherheit entsteht. Denn das ist die Voraussetzung, dass sich Menschen entwickeln können. Und das ist für mich bei allen politischen Ebenen das entscheidende Prinzip. Wir brauchen ein System, in dem sich Menschen entwickeln können. Ich durfte mich in Frieden und Freiheit entwickeln und ich finde, meine Tochter verdient das Gleiche.